Zur Zeit schaust du mal wieder ganz genau hin. Dein Pater wird von dir analysiert, er sollte besser gesprächsbereit sein, wenn du diskutieren willst. Als Single bist du kontaktvorheurig und verteilst fleißig Likes. Ein heißer Flirt ist auf jeden Fall drin und noch mehr ist möglich. In Sachen Job und Karriere ist das eine Top-Woche. Du bist eloquent, schlagfertig und ideenreich. Für Gehaltsverhandlungen oder Vorstellungsgespräche eignet sich die Woche besonders gut. Du bist in besonderer mentaler Stärke. Du musst die innere Mitte finden, um die inneren Bedürfnisse aufzuspüren. Das war's, bis zum nächsten Mal. Das war's, bis zum nächsten Mal.